So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben eben noch gestreamt die Raids für Zuschauer mit Mega Garados, zwei Stunden von 10 bis 12 Uhr und Mega und wie heißt der, Regigigas, Regigigas Raids für Zuschauer nochmal zum Abschluss von 12 bis 14 Uhr. Also vier Stunden, zwei Streams, jetzt habe ich noch kurz eine Stunde Zeit bis kurz nach 15 Uhr, bevor ich das Muttertier abhole und wollte nochmal zum Abschluss eine Folge GBL produzieren und raushauen, weil immer wieder nachgefragt wird, Ramses, kannst du mal wieder GBL zocken? Ähm, habe ich in letzter Zeit jetzt ein paar Mal gemacht, ich bin zwar immer noch nicht so weit, ihr wisst, meistens habe ich eh keine Ahnung, was ich mache, aber ich kann euch kurz mal die Statistik jetzt zeigen im Vergleich zur letzten Season. Beim letzten Mal war ich Rang 7, 37 Siege, 63 Kämpfe, längste Serie 13, 52.000 Staub, das ist halt nicht viel. Jetzt bin ich gerade auf Rang 13, gestern Abend Rang 13, nebenbei beim Wrestling ein paar Matches gemacht, habe 47,77, ist okay, längste Serie 6, ist nicht so prall, 36.000 Staub auch. Ich habe genau das gleiche Team, was ich immer nehme, was jetzt so altbacken ist, es gibt bestimmt so viele krasse, gute, sinnvollere Pokémon, aber ich habe das das allererste Mal in der Hyperliga damals gespielt und habe das jetzt auch beibehalten und spiele einfach alles damit, ja. Ist nicht das beste Team, muss man dazu sagen, äh, Macho, Mai, Lapras ist eigentlich auch relativ günstig, bei Giratina, manche haben das sicherlich nicht, man könnte auch den Premier Cup jetzt spielen, ich möchte die aber nehmen und mit denen einfach jetzt auch wieder 5 Matches machen und mal gucken, ob ich diesmal Glück habe, bei der Gegnerwahl, bei den gegnerischen Pokémon, die so da sind, denn manchmal läuft es richtig gut, manchmal läuft auch gar nichts. Ich werde jetzt hier auch den Ton ein Stück anmachen, Bass, 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 Tab, X, okay, ich habe Giratina sowieso immer vorne drin und habe jetzt schon keinen Bock, wenn ich das Xerox sehe, dabei könnte ich jetzt vielleicht mit, äh, Macho, Mai und Kampf da ein bisschen was reißen, aber das ist auch ziemlich zäh, ich lasse auch meistens jetzt die, die Ladeattacken durch, obwohl das effektiv ist, aber das Giratina hält ja ein bisschen was aus, so, soll er hier halt ein bisschen machen, obwohl das nicht effektiv ist, aber was anderes bleibt mir gerade nicht übrig, jetzt haut er mir nochmal einen rein, das dürfte ich eigentlich noch überleben, ich glaube nicht, dass er jetzt direkt umfällt, oder? Nachthieb, ein Fötzelchen ist noch da, das heißt, wir schaffen auch noch einmal die Drachenklaue, obwohl die halt wirklich sinnlos ist, am liebsten habe ich es eigentlich, wenn vorne Giratina gegen Giratina steht, da können die sich beide gegenseitig niedermachen, das finde ich immer richtig schön, jetzt farm er noch ein bisschen, hat ein Schild eingesetzt, er hol mal jetzt mal das Macho, Mai rein, was ja eigentlich effektiv wäre, oder auch nicht, es ist halt einfach gar nicht so effektiv, egal sobald die immer einen Togglekiss drin haben, weiß ich eh, dass ich meinen Relaxe holen muss, jetzt setzt er sein Giratina ein, hmm, da könnte ich natürlich jetzt mit Gesteinsattacken gegen die, gegen das Flug was anrichten, obwohl das ist, was ist das denn, das ist Drache und sonst was, wir holen mal das Labras rein, wir müssen wechseln, wäre effektiv, aber der knallt uns auch wieder weg, lassen wir auch wieder durch, im Endeffekt sterbe ich also dann mit zwei Schilden noch im Schlepptau, Drachenklaue, okay, er behält ihn aber bei, beziehungsweise er kann gerade gar nicht wechseln, Eis wäre natürlich jetzt von Vorteil gewesen, aber er hat immer noch ein Schild, was er nicht eingesetzt hat, leider, ja, das sind die Profis, die zählen da mit, die sagen, der kann jetzt keinen Eisstrahl voll haben, das kann nur Surfer sein, also lasse ich das natürlich durch, jetzt mache ich aber wieder Surfer, weil trotzdem der Surfer reinknallt, wenn ich jetzt warten würde, bis der Eisstrahl voll ist, dann würde er wahrscheinlich seine Attacke schon wieder machen, würde mein Labras wegrusen, das macht trotzdem ein bisschen Schaden, jetzt könnte ich auch mal ein Schild von mir nehmen, dass er meinen Labras jetzt in Ruhe lässt und versuchen den mit den restlichen Quick Moves zu legen, zu erlegen, das dürfte eigentlich passen, dann vielleicht jetzt einen Surfer auf das Togekiss, oh mein Gott, das heißt, mein Machoma ist komplett im Arsch, jetzt wo er Togekiss hat, den werde auch ab, das Labras ist gleich weg, da werde ich wohl auch keinen zweiten Move mehr schaffen, oder? Ne, aber auch nur noch mein... Hab nur noch mein Machoma da, Steinhagel hat es auch nicht geschafft, was wenigstens noch ein bisschen Schaden gemacht hätte, als erstes Match komplett verkackt. Ich fühle mich irgendwie komisch, ich habe sonst immer das Headset auf und höre mich immer doppelt und dreifach, jetzt höre ich hier einfach gar nichts. Irgendwie zeigt es hier die ganze Zeit nur alles rot an, weil es komplett übersteuert, sonst höre ich ja ungefähr wie laut ich bin oder wie weit ich am Mikro bin und wie weit eben nicht. Vielleicht sollte ich es auch einfach aufsetzen und dann... Wir machen es mal mit Headset, ja? Ich glaube, wenn ich mit Headset kämpfe... Oh, genial! Kaum habe ich das Headset auf, ist auch das Giratina da und so mag ich das Match eigentlich am liebsten, auch wenn das mehr WP hat als ich. Was hat er jetzt reingeholt? Jetzt habe ich es wieder nicht gesehen. Ich feiere das eigentlich mit den Giratinas, weil die sich gegenseitig die Schilder rauslocken oder gegenseitig einfach nur niedermachen, beide umfallen und dann mit den Restlichen komme ich gegen seinen Restlichen meistens an. Obwohl jeder sagen würde, was Giratina, nimm doch Labras, mach doch Eis, was machst du denn da? Suikun raffe ich jetzt nicht? Ich glaube, ich habe noch nie gegen Suikun gekämpft. Kommt jetzt also wahrscheinlich auf die Attacke an, was er hat. Was könnte er für Attacken haben? Keine Ahnung. Da kann, glaube ich, eigentlich jede Attacke lernen. Und alles daneben. Bitte Schilde! Sonst war das jetzt komplett... Quatsch. Wenn das durchgeht, aber es einfach nicht fabelhaft war. Ja, es geht natürlich durch. Er schildert es natürlich nicht. Aber er frisst weiter Schaden. Und er ist schon wieder dran. Er müsste jetzt aber wenigstens schilden, weil sonst hat er das Suikun komplett geopfert ohne irgendwas. Ich glaube nicht, dass das sein Plan ist, oder? Es dauert auch stundenlang, bis der hier mal angreift. Ich glaube, das hat sich sowieso schon wieder irgendwie aufgehangen. Vielleicht ist der Gegner gar nicht mehr da und macht gar nichts mehr, oder? Obwohl meine Energie nimmt noch ab. Das mit dem Suikun raffe ich jetzt gar nicht. Giratina ist wieder da. Das lasse ich jetzt aber einmal durch. Den Move müsste ich überleben. Egal, was er macht. Habe dadurch noch beide Schilder. Er aber auch. Ich dürfte das nächste machen, was er jetzt entweder schildert oder durchlässt. Er könnte es einmal durchlassen, aber... Ich denke mal, er schildert irgendwie schilden die immer. Ich würde auch das nächste schilden. In der Hoffnung, dass ich noch einmal den Move durchkriege. Dann ist sein zweites vielleicht auch weg. Und ich schaffe es nicht. Er würde jetzt aber das Lapras reinholen und versuchen mit Eis auf ihn draufzugehen. Er kann wieder Drachenklaue machen. Ich habe noch nie gesehen, dass großartig jemand da mit Schattenstoß oder so angegriffen hat. Ich habe Schattenstoß auch, glaube ich, so gut wie noch nie eingesetzt. Irgendwie rasten alle immer aus. Alle nehmen immer hier ihre Drachenklaue. Man könnte denken, bei Giratina reicht es, wenn ihr ein Move habt. Ihr braucht gar keine zweite Ladeattacke. So, der lebt noch. Der hat nicht geschildert. Ist jetzt hier weg. Ich habe noch zwei Schilde, zwei Pokémon. Ich habe eigentlich jetzt einen heftigen Vorteil. Aber jetzt holt der Machomai. Das heißt, wir holen auch mal unser Machomai rein, bevor der unser Lapras wegklatscht. Vertrauen sogar drauf, dass der uns nicht umbringt. So. Versuchen, sein Schild rauszulocken. Und mit dem zweiten Kreuzhieb ihn vielleicht dann zu besiegen. Obwohl ich glaube, bevor ich zu irgendwas komme, ist mein Machomai wahrscheinlich trotzdem tot. Ich Idiot. Ich hätte das... Ich hätte das Machomai... Ich hätte einfach den Move machen sollen. Ich hätte das Schild nehmen sollen, weil das Machomai gegen das Machomai... Das hätte funktionieren müssen. Das Lapras... Das wird... Steckt doch so häufig so krass Treffer ein. Dass das hier komplett untergehen könnte. Aber eigentlich müsste der Surfer jetzt reichen, weil Machomai in der Verteidigung nicht so krass ist. Müsste der den jetzt wegrusen? Okay. Hat funktioniert. Ihr seht. Mit Kopfhörer. Ganz andere Situation. Mit Kopfhörer gewinnst du jedes Match. Das heißt, die nehme ich jetzt schnell ab, weil wenn ich verliere... Kann ich sagen, es lag daran, weil ich die nicht auf hatte. Zwei. Zwei von fünf. Eins gewonnen, eins verloren. Es ist sowieso... Theoretisch braucht man in jeder Season wieder ein komplett neues Team, weil bis dahin werden so viele Pokémon wieder ins Spiel gebracht. Die Attacken werden geändert. Status-Sachen werden geändert. Das ist auch wieder Kacke. Der kann bestimmt auch wieder hier irgendwelche komischen Unlicht-Moves oder sonst was. Verlassen uns jetzt drauf, dass der schön frisst. Wenn wir drauf knallen und mit der Drachenklaue was rauslocken. Nachti, das kennen wir schon von Xerox. Genau. Angriff steigt auch, weil das so ähnlich dann ist wie beim Lucario. So packen wir nicht Lucario vorne rein. Ich glaube, Lucario habe ich einmal in der Superliga gespielt, aber sonst gar nicht. So, der sei natürlich wieder voll und ich meine nicht. Ich lasse den schon wieder drin. Vielleicht wäre es jetzt sinnvoller gewesen, Macho Mai zu spielen, weil gerade gegen Unlicht der auch nochmal sehr effektiv wäre. Das heißt, ich habe meinen Geratina eigentlich umsonst geopfert, aber ich habe immer Schiss. Ich will immer, dass er zuerst wechselt und ich hinterher wechsle. Sobald ich zuerst wechsle, bin ich meistens eher am Arsch, weil der dann einfach alles mit mir macht, was er machen möchte. Lass mal durch. Der soll den ruhig wegmachen, dass ich meine zwei Schilde noch mitnehme. Und das Macho Mai ihn vielleicht jetzt so überrascht, dass das mit zwei, drei Moves den einfach weggeknallt hat. Ja. Wir haben noch zwei. Beide haben einen Pokémon verloren. Er hat Arctos. Das wäre jetzt gut mit Steinhagel gegen den Vogel vorzugehen. Aber er hat noch ein Schild. Und ich glaube, der Kreuzhieb schlägt trotzdem mit rein. Das ist jetzt schwierige Sache, ne. Machst du jetzt auf Steinhagel, dann wäre er wieder ab. Machst du nicht auf Steinhagel, machst du trotzdem Kreuzhieb. Steinhagel wäre sinnvoller, aber wenn er schildet, ist das Schild wenigstens weg. Und wenn er nicht schildet, macht es trotzdem wenigstens Schaden. Er schildet sowieso. Also wäre Steinhagel jetzt auch sinnlos gewesen. Aber vielleicht kriegen wir noch einmal den Kreuzhieb voll. Ja. Wir kriegen noch einmal den Kreuzhieb voll, bevor er nochmal seine Eisattacke macht. Das heißt, eigentlich müsste er jetzt tot sein. Wir müssten ganz knapp zum letzten Gegner kommen. Ein Impolion, wo wir nochmal unseren Kreuzhieb machen. Danke an den Tipp damals, dass der eine Zuschauer auch gesagt hat, in der GBL kein Fuchtschlag. Immer mit Kreuzhieb kämpfen. Ich habe das vorher nämlich nie beachtet. Und jetzt hat er nur noch das. Ich habe noch ein Schild. Wir haben noch unser Labras. Der kann uns eigentlich gar nicht so viel Schaden machen. Wir können hier in Ruhe aufladen. Wir können unseren Surfer machen. Der ist immer noch nicht voll. Das dürfte jetzt auch eigentlich reichen, um den wegzuspülen. Labras fast volle Energie. Ein Schild auch noch übrig. Also war gar nicht so schlecht. 2 zu 1. Und immer noch zwei Matches am Start. Ihr seht auch bei der Medaille. Guckt da gar nicht hin. 350 von 1000. Das ist wahrscheinlich gar nichts. Viele von euch haben die 1000 schon längst voll. Aber wie gesagt, ich zocke so selten GBL. Vielleicht. Was will man denn sonst noch alles machen? Das ist so viel. Du musst fangen. Du musst entwickeln. Du musst... Du musst shiny suchen. Du musst raiden. Dann musst du kämpfen. Dann musst du GBL. Dann musst du keine Ahnung. Jetzt hatte ich hier das Fliegende. Das madig Fliegende. Ich glaube wir machen mehr Schaden als er. Verbindungsschwach. Hoffentlich ist er jetzt rausgeflogen. Macht er jetzt Sputball. Dann bin ich wahrscheinlich tot. Ja, wir gucken sie uns mal an. Unheilböen. Dann bin ich trotzdem gleich tot. Trotzdem. Drachenklaue. Sputball hätte wahrscheinlich noch länger gebraucht. Er lässt ihn auch durch. Wir machen wie gesagt mehr Schaden. Und? Haben ihn weg. Dann haben wir auch noch einen Move voll. Egal was da kommt. Einfach draufhauen. Togekiss. Jetzt wäre Labras am Start. Aber ich glaube wenn ich jetzt mein Labras reinhole. Wechselt er das Togekiss wieder aus. Labras. Einzigste was ich. Für Togekiss in Pedo habe. Hier guck wie das rein knallt. Und er holt Lucario. Ja damit ist mein Labras wahrscheinlich dann auch weg. Das sage ich doch. Das sage ich doch. Nur weil ich zuerst gewechselt habe. Hätte ich es einfach so gelassen. Jetzt knallt er mir hier eins rein. Ich kann leider mein Machomei nicht reinholen. Bis er dran ist. Ich versuche es trotzdem nochmal. Wenigstens noch das Schild rauszulocken. Lucario hat nicht so viel Angriff. Ach nicht so viel Verteidigung. Vielleicht lässt er ihn sogar durch. Und will das Togekiss noch schützen. Wenn er weiß. Dass ich dann ankomme. Mit einem Machomei. Und er seinen Togekiss schützt. Dass ich dann gar nichts mehr machen kann. Ja. Das mache ich jetzt. Nichts. Hau das schnell weg. Ich könnte jetzt natürlich hier eine Gesteinsattacke machen. Auf das. Auf das Togekiss. Aber er hat noch ein Schild. Wenn die Gesteinsattacke natürlich durchgegangen wäre. Dann hätte uns das einen großen Vorteil verschafft. Aber ich denke mal. Der schildet sowieso. Okay. Giratina kam rein und ist tot. Machomei kommt zurück und ist auch gleich tot. Wir haben noch ein Schild. Wir können das Schild wahrscheinlich nutzen. Aber werden nicht mehr zur Attacke kommen. Es könnte noch knapp werden. Aber ich glaube. Er macht zu viel Schaden. Als dass wir. Naja. Das ist nichts. Als dass wir nochmal den Steinhagel voll kriegen. Kein gutes Match. Alles Abfall. 2 zu 2. Einer. Die entscheidende Runde. Werde ich jetzt. 3 zu 2 rausgehen als Verlierer. Oder 3 zu 2 rausgehen als Gewinner. Immer kurz 5 Matches so gespielt. Gerade mal 16 Minuten. Okay. Das geht aber relativ fix. Hä? Vor allem habe ich am Anfang noch eine Stunde geredet. Sonst geht so eine Folge immer. Was weiß ich. Wie viele Stunden. Da finde ich auch jetzt. Machomei eigentlich ganz chillig. Aber auch mit Giratina können wir eigentlich gut schaden. Yeah. Ich habe gewonnen. Guckt euch das an. 3 zu 2. Aber 16 Minuten. Was ist denn jetzt? Wie eins von 5 Kämpfe ausgetragen. Da. 3. Hauptsache die Pokémon Belohnung ist da. Das ist mir eigentlich wichtig. In dem 5er Set wenigstens 3 Kämpfe zu gewinnen. Aber ich glaube das ging jetzt so schnell vorbei. Dass wir vielleicht nochmal 5 Kämpfe dranhängen. Früher habe ich gemacht. Dass die Folge ungefähr eine Stunde ging. Eine Stunde GBL ungefähr so zu zeigen. Das ging jetzt fix vorbei. Ich bin nicht ganz zufrieden. Da habe ich schon deutlich spannenderer Matches gesehen. 10, 10, 10. Okay. Äh. 3 von 2 bringt uns. Ein Stück unter die Hälfte. 3 von 2. 3 von 5. Wir hängen einfach noch eins dran. Wieder mit dem selben Team. Wir könnten auch den Premier Cup spielen. Aber. Lassen wir mal. Ab Monat gibt es den Mini Cup wie gesagt. Den Elemental Mini Cup. Wo wieder auch Waumball eine heftige Rolle spielt. Bis 500 WP alles. Glurak. Drache, Drache. Dann ist wieder das Problem mit Labras. Du kannst mit Wasser auf das Feuer Pokémon gehen. Aber das Feuer Pokémon kann mit Feuer auf dein eisiges Labras gehen. Wir lassen das mal hier durch. Wenn er Loa Kanonade hat, wisst ihr Bescheid. Wenn er Drachenklaue hat oder irgendwas. Wisst ihr aber auch Bescheid. Aber wir haben ja auch Drachenklaue gegen ihn. Das dürfte also ihn auch zerbersten. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ich den Ton an habe. Oder ob ich den hätte ausstellen sollen. Schaffen wir es nochmal eine Drachenklaue. Er hat zuerst Schild eingesetzt. Das heißt okay. Ich kann auch in Ruhe Schild einsetzen dann. Weil er hat sein erstes ja Ehr verbraucht. Dieser Angsthase. Das ist mir auch immer wichtig, dass die Gegner zuerst schilden. Und dass die Gegner zuerst wechseln. Jetzt sind wir beide fast tot. Aber ich bin eher tot. Wir nehmen mal das Maromai rein. Verdammt. Ja und er macht natürlich Loa Kanonade jetzt. Ich glaube jetzt werde ich nicht mehr zu meinem Move kommen. Gachados. Und tot. Okay. Das war nix. Hätte ich es mit Labras beendet. Dann hätte Labras hier Eis gegen Drachen noch machen können. Ich habe gedacht zwei, drei Schläge. Dann ist das vielleicht weg. Und das Labras, weil es dick ist. Nehme ich dann als Close-Up. Am Ende. Das Maromai fix. Weil es schneller auflädt. Noch für die Attacke. Jetzt habe ich auch das Schild glaube ich weggedrückt. Nassschweif. Okay. Okay. Er hat aber immer noch ein Schild. Wenn wir jetzt auf Eis gehen wollen, bringt uns das gar nichts. Das heißt, wir müssten trotzdem versuchen irgendwie noch nochmal Surfer zu bringen. nochmal einen Nassschweif durch weg gehen zu lassen. Jetzt sind wir unter der Hälfte. Jetzt wird es kritisch. Jetzt hat er Registil. Registil. Okay. Da wäre das Maroma jetzt wieder gut gewesen. Ihr seht also eigentlich das Team funktioniert schon ein bisschen. Aber gegen Registil kann ich jetzt eigentlich gar nichts mehr machen. Könnte theoretisch jetzt einpacken. Dieses nervige Geräusch. Ich kann noch ein bisschen üben, dass ich hier die Dinger immer treffe. Wollen wir es durchgehen lassen. Dass wir es hinter uns haben. Ich glaube das zieht jetzt alles unnötig in die Länge. Obwohl er ja keinen Schaden machen kann. Großartig. Solange wie er das macht. Ey, wenn dann einer in den Kommentar schreibt. Digga, du hättest einmal Eis strahlen machen müssen. Dann wäre es weg. Aber Eis gegen Stahl macht doch nichts. Wenn dann hätte das Feuer sein müssen. Ja, dann lassen wir das jetzt auch zu. Ich habe schon wieder vergessen welches Pokémon er davor noch hatte. Garados. Garados. Garados, Garados. Aber er hat immer noch ein Schild. Dieser Gräbel. Was nimmt der denn auch Registil? Das wäre im Premier Cup aber nicht passiert. Jetzt wäre er ab. Jetzt kommt er sicherlich gleich zurück. Zielschuss lädt eigentlich schnell auf die Ladeattacke. Dann müsste ich jetzt weg sein mit seiner Lichtkanone. Er hat sein Registil noch übrig. Er hat sein Garados noch übrig. Eins von fünf. Das war nichts. Ich sehe die Leute auf Rang 20 oder so, die da einfach durchrusen. Und einfach Fünfer-Sets für sich komplett entscheiden. Und ich hänge hier auf 13 irgendwo rum. Und komm einfach durch Klabe der Welt. 13 ist halt auch so ein bisschen Unglückszahl. Da muss man aufpassen. Neh mal wieder Giratina gegen Giratina am Anfang. Das finde ich immer am schönsten. Lucario. Ja, der hätte auch Spukball. Komm, wir überraschen ihn mal jetzt mit Machomai. Er wechselt doch bestimmt auch. Er wechselt. Sumpex? Finde ich gar nicht so schlecht. Machomai gegen Sumpex? Der haut eigentlich auch gut drauf. Komm, naja, er schildert. Also eine Aquahubitze dürfte ich überleben. Wenn er jetzt weiter rumknirrt, könnte er aber auch Erdbeben haben. Ich denke aber mal, das ist Aquahubitze. Und hoffe, dass das noch reicht. Ganz knapp. Nochmal hier Kreuzhieb. Entweder ist das zweite Schild weg. Oder es knallt rein. Es knallt ein bisschen rein zumindest. Dann hauen wir noch ein bisschen drauf. Das sieht gar nicht so schlimm aus. Und holen einfach das Giratina zurück. Plus Drachenklaue. Ist er tot? Ist das zweite Schild weg? Ich habe noch beide Schilder. Er ist weg. Hol der jetzt sein Lucario. Da sehen wir sein drittes Pokémon. Lucario. Ich schilde mal lieber, weil der... Ich denke mal, der hat Spukball. Und das Lucario hält ja nicht so viel aus. Das heißt, eigentlich müssten wir das Lucario auch irgendwie wegkriegen können. Hat er schon wieder den Spukball voll? Ich hoffe nicht. Ich drücke es deswegen einfach mal weg. Steigerungshieb. Okay. Jetzt ist er zwar stärker. Aber wir farmen ihn runter. Haben unseren Move voll. Gucken, was er jetzt hat. Griselia. Griselia habe ich immer keine Ahnung. Macht man bei Griselia hier Schattenstoß oder sowas? Ist das hier Geist gegen das komische Vieh? Vielleicht denkt er jetzt okay. Der hat eh nur Drachenklaue. Das macht mir eh nix. sehr effektiv. Sehr effektiv. Ich weiß nicht, mit was der angreift. Mondgewalt. Ich hätte eigentlich noch ein paar mal mit... Ich hätte noch ein paar mal angreifen sollen. Mit Giratina. Und dann schnell wechseln. Sodass er sozusagen das... Das Lapras dann opfert. Und das Lapras direkt in den Move kommt. Er hat noch einen Move. Wir sind noch voll. Wir dürften das überleben. Und wenn wir ein bisschen noch angreifen... Vielleicht kommt er gar nicht dazu sein Schild einzusetzen. Strauchler dürfte ich auch zweimal überleben. Surfer, Surfer. Mach den Surfer voll. Strauchler nächster hinterher. Aber wir dürften immer noch am Start sein. Mach halt. Junge, Junge, Junge. So. Er muss sein Schild jetzt einsetzen. Sonst ist er weg. Jetzt aufgegeben. Der ist doch nicht gestorben, oder? Egal. 1-1. Fertig. So cheatet man sich durch. Und der Bildschirm hängt auch wieder ewig rum. Also ihr seht, das ist sehr ausgeglichen. Ich weiß. Bei euch läuft das vielleicht wie am Schnürchen. Irgendwas. Aber bei mir ist immer so. Einmal hat man Glück. Einmal hat man Pech. Manchmal ist es ein bisschen Können. Ja. Ich glaube ganz so schlimm wie am Anfang ist es gar nicht mehr. Manchmal sieht das wirklich so aus. Als wäre da eine Strategie vorhanden. Ich merke auch schon wie meine Ellenbogen heftig wehtun. Weil die die ganze Zeit ja aufstützen. 4 Stunden im Stream. Jetzt nochmal eine Stunde hier fürs Video. Alles brennt. Alles tut weh. Giratiner Sumpex. Können wir wieder so mitnehmen. Freue ich mich wenn er... Gut wenn er Erdbeben macht freue ich mich nicht. Drachenklaue setzt gut an. Da kann er ja gerne wechseln wenn er möchte. Ist das schon Erdbeben? Nee. Dann ist es also eigentlich wurscht. Man dürfte das aber auch kein Erdbeben sein. Jetzt bringt er mich um. Nee macht er auch nicht. Machen wir jetzt unsere Drachenklaue. Entweder verliert er sein Schild oder sein Leben. Wir sind eigentlich noch gut aufgestellt. Die Schilde sind noch da. Das Giratin hat auch noch ein bisschen was. Nochmal Aquahobitze. Dürfte uns aber auch nicht aus der Bahn werfen. Wenn er direkt jetzt noch eine machen würde. Würde man das auch überleben. Komm wir hauen ihn raus. Und nehmen die Drachenklaue auf den nächsten. Ja. Auf Arctos. Arctos, Arctos, Arctos. Habe ich eigentlich auch immer Spaß mit Maromai gehabt. Auch wenn mir das jetzt wahrscheinlich dann nicht mehr so viel bringt. Und er hat immer noch ein... Was kann der noch haben? Ich weiß es nicht. Nix. Wir probieren es mal mit Labras trotzdem. Der kann uns eigentlich nicht viel machen. Wir machen ein bisschen mehr bei ihm als er bei uns. Und jetzt kommt er mit Kyurem. Da bräuchten wir jetzt... Maromai. Weil das ist doch Stahl, oder? Und wir können wechseln. Sind sehr effektiv. Eigentlich hätte ich jetzt den... Eigentlich hätte ich den Kreuzhieb jetzt gar nicht machen brauchen. Den hätte ich wahrscheinlich aufheben sollen. Ne, er wehrt sogar ab. Okay. Macht er Drago Meteor? Ich weiß es nicht. Bevor er auflädt, wir nehmen den nächsten Drachenklaue. Ja, den hätte man vielleicht überlebt. Aber er müsste jetzt eigentlich trotzdem umfallen. Und wir unseren Move aufladen, um den mitzunehmen. Er hat auch kein Schild. Und könnten jetzt mit Stein... Egal, dann schilde ich halt. Ich habe ja noch eins. Und könnten jetzt mit Steinhagel auf das Arctos. Was ja fliegt. Immer wenn es fliegt, werft ein Stein drauf. Dann dürfte das gleich ein 2 zu 1 werden. So. Steinhagel. Es ist weg. Wir haben noch zwei. Fertig. Wie ein Profi. So ein richtiger Pro. 28. Gut. Zwei sind es noch. 2 zu 1. Ein Sieg noch. Zwei Matches. Noch ein Sieg. Dann gibt es wieder die Pokémon-Belohnung. Die ist mir auf jeden Fall immer wichtig. Um zu gucken, was da für Gräbel versteckt sind. Und um ganz viele den Fubi mitzunehmen. Weil viele, die auch für ein Lucky Trade oder irgendwas wollen. Entschuldigung, dass ich jetzt halb gekotzt habe. Das muss man ja. Das ist durch die Aufregung. Wie viele Schläge ich schon kassiert habe heute. Niederschläge. Alba Yei ist am Start. 11 zu 13. Mit einer Pornobrille. Würde ich mir niemals aufsetzen so. Im Spiel. Im Real Life vielleicht. Cresselia. Oh, er wechselt. Auf Nachtara. Dann wechseln wir auch auf Maromai. Was vielleicht nicht so schlau ist. Was kann der für Moves? Finster Aura. Schmarotzer. Zuflucht. Nix. Aber. Komm, hau den mal jetzt eine hier an die Planke. Der hat Angst vor meinem Cresselia. Ach, vor meinem Cresselia. Vor meinem Giratina. Wenn ich jetzt schon die Pokémon sehe. Da denke ich mir eh wieder, dass das nix wird. Er hat sogar ein Schild schon weg. Eine Zuflucht dürfte ich noch überleben. Die lasse ich noch durch. Ich muss bei Cresselia also immer auf Giratina gehen. Und Schattenstoß. Aber es dauert halt immer so ewig. Es war gar keine Zuflucht. Okay. Nimmt er sein zweites Schild. Lässt er es durch. Reicht das vielleicht für den Knockout? Er schildet wieder. Oder? Dann könnte ich doch theoretisch auch mal schilden, oder? Um mit dem Maromai eben das eine hier weg zu machen. Jetzt kommt er wieder mit dem Teil. Lass ich Maromai jetzt tot gehen. Ich will meinen Wechsel jetzt eigentlich nicht verbrauchen. Er verarmt halt ordentlich. Es ist ein gutes Recht. Soll er es halt machen. Ich will meinen Wechsel aber trotzdem nicht verbrauchen. Er hat immer noch drei. Soll ich kurz ein bisschen... Ich komme mal hier mit... Keine Ahnung warum ich das jetzt mache. Aber ich komme mal kurz mit ihm hier rein. Lass das mal durch. Dass er sein Move gemacht hat. Einmal. Der war nicht so stark. Er hat kein Schild mehr. Und ich hole jetzt meinen Giratina und mache jetzt... Das... Unheilböen... Dings. Irgendwie, wenn das das war. Was wenigstens sehr effektiv ist. Er kann nicht mehr schilden. Ich kann noch schilden. Er hat noch was. Ich lasse es durch. Ich habe noch volle Energie. Ich muss es überleben. Mondgewalt. Ist auch sehr effektiv. Und jetzt holt er natürlich seinen Nachthara rein. Egal, du kriegst mich nicht. Noch nicht. Nicht damit. Okay, er kriegt mich. Nein! Ich muss mein Schild nehmen. Aber vielleicht schaffe ich es ja jetzt ein bisschen schon... Ähm... Unheilböen aufzuladen. Während das umfällt. Von oben. Und jetzt bring mal dein Gresselia wieder rein. Und lass mich da bitte Unheilböen drauf machen. Toll. Jetzt ist es Sumpex. Der ist aber schlau, ne? Ich habe doch schon auf Labras gedrückt zum Wechseln, Junge. Der hätte das... Das Labras hätte das jetzt einfach weggesteckt. Das hätte das einfach normal gefressen. Ja, jetzt brauche ich nichts mehr fressen. Wasser, 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 Wasser. Er macht nochmal Aqua Hobbits. Ein Surfer müsste da fast reichen, bis der fertig ist. Und dann vielleicht noch zwei, drei Quick Moves vielleicht aufs Gresselia. Vielleicht würde das sich immer noch ausgehen. Ich glaube noch nicht, dass das entschieden ist. Wechselfehler auf Ramses Seite, ne? Gresselia am Start. Er kommt rein und... Na, dann wird er sicherlich gleich sein Move voll haben. Mondgewalt hat nicht so viel gemacht. Aber er hat bei... Ach, Strauchler. Es strauchelt ein bisschen, ne? Ich glaube, das bringt ihn aber nicht um. Ich glaube, das bleibt jetzt trotzdem bei ihm da. Er Fötzelchen bleibt stehen. Ne. Aber... Sein Zumpax hat... Oh mein Gott! Pokémon-Belohnung incoming! So sieht das aus. So muss man das machen. Habe ich eigentlich gewonnen? Ja gut, steht der da. Ich wollte jetzt darauf warten, ob er klatscht oder hüpft oder sonst was macht. Ich habe gedacht, er hat das Zumpax raus, weil er gerade die Aqua-Hobitze voll hatte, um dann überraschend beim Einwechseln mich einfach nur zu plätten. Aber nein, das Zumpax war einfach nur Gaudi. Das war sein Poker-Face und deswegen holen wir die wieder rein. Also wenn man mit so einem schlechten Team so einen Kampf macht, ne? Da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen. 33% Akku. Das geht noch. Vielleicht schaffen wir sogar ein 4. Also 3 zu 1 haben wir jetzt schon. Eine Runde noch da. Wieder kein Giratina, aber Zumpax ist mir sogar noch lieber. Alle spielen Zumpax. Grüße an Benny. Zumpax am Start. Den mag ich. Weil das Giratina macht sich eigentlich gut gegen das Zumpax. Und das Baromai macht sich auch gut. Auch wenn das eigentlich hier Erdbeben kann. Solange wie er hier rumgewühlt hat, könnte das vielleicht sogar ein Erdbeben sein. Ja. Aber ihr seht, ich habe noch relativ viel Energie übrig. Jetzt habe ich Lapras, dann lass mich jetzt wechseln. Lass mich jetzt auf Machomai und zieh jetzt durch Machomai. Ja, doch. Wie stark ist das? Was kann das? Fliegt er gleich weg? Von einem Surfer. Ist ja Surfer. Hälfte da. Dann kann ich beim zweiten Mal schilden. Wenn es soweit kommt. Er schildet ja jetzt sicherlich auch. Er ist ja nicht doof. Er gibt auf. Er muss aufgeben. Ich setze mir eine Mütze auf mit Give Up und dann macht er das schon. Give Up GG. Brauche ich da eigentlich noch? Ja sowieso. Vergesst es. Wer da mit Quick Moves versucht den Down zu machen. Im Endeffekt wechselt er dann wieder. Oder er hat dann seine Schilde noch alles hin und her. Er macht seinen anderen Move. Wenn ihr voll habt, einfach immer drauf. Einfach drauf. Vergesst jegliche Strategie. Jetzt ist er wenigstens tot. Hat noch einen. Stein Hagel wäre jetzt vielleicht. Aber ich bin am überlegen. Er hat immer noch ein Schild. Gold. Wir haben aber noch unser Geratina drin. Aber wir haben auch unsere Drachenklaue vom Geratina voll. Eis wäre hier gut. Aber ich möchte jetzt erstmal mit dem Geratina hier ein bisschen arbeiten. Wir haben eh noch eins. Vielleicht schaffen wir es nochmal eine Drachenklaue hinzukriegen bevor er wieder voll ist. Toll. Das war nix. Sumpex ist auch noch da. Dann hoffen wir mal, dass das Laprasas jetzt besser verträgt. Zum Eisstrahl werden wir wieder mal nicht kommen. Er hat schon wieder seinen Move voll. Ein Schild müssen wir noch rauslocken. Drachenklaue. Passt. Surfer. Vielleicht hätte man so lange jetzt einfach nur Quick Moves machen sollen, dass man zweimal den Surfer hat. Dass man den zweimal hintereinander macht, wenn er mit dem Sumpex wieder reinkommt. Aber er hat jetzt schon gewechselt. Der will doch jetzt sicherlich Erdbeben machen. Vor allem hä? Hat er noch zwei Schilde gehabt? Ich dachte er hat eins. Ich dachte er hat es eben eingesetzt. Er hat doch immer noch eins. Macht Erdbeben. Frisst. Ich habe gar nicht mehr gedrückt. Ja das war von vorhin noch. Ich glaube das wird kein 4-1. Warum hat er immer noch ein Schild? Der hat doch eben schon eingesetzt. Da habe ich komplett gesehen, dass der noch nie sein Schild eingesetzt hat. Ja und das war es dann wohl mit dem Lapras. Aqua Hobbitze. Klar auf Nummer sicher gehen. Macht man ja gerne mal. Er hat noch zwei Pokémon drin. Also der hat mich komplett auseinander genommen. Aber egal. Trotzdem wieder die Pokémon Belohnung bekommen. Außer jetzt steht wieder da eins von fünf Kämpfe ausgetragen. Wir gucken doch mal kurz was da drin ist. Und ob das vielleicht schon der Aufstieg ist für Rang 14 oder was dann kommt. Obwohl wenn das eben noch ein Drittel war, dann dürfte jetzt auch noch ein Stück fehlen. Flunschlik nehmen wir noch mit. So. 15.30 Uhr hat sie gesagt. Jetzt ist 15 Uhr. Das passt. Video 40 Minuten passt auch. Hab da noch ein bisschen was zum Sonntag, wen es interessiert. Guck mal hier noch rein. Oh. Ist in Ordnung. Ist aber jetzt auch nichts besonderes. Obwohl gut. Hier geht es ja wieder um andere. Andere IV Bereiche. 2.100 Staub. Der Staub sieht gut aus. Wie sieht jetzt die Statistik aus insgesamt? 53,87. Wenigstens mehr als die Hälfte gewonnen. 41.000 Staub, Rang 13. Also das waren zwei Sets. 2 mal 5 mit meinem schäbigen Team. Ihr könnt wie immer drunter schreiben, wie eure Statistik gerade aussieht. Und zwar die aktuelle. 53,87,6, 41.000. Ihr könnt auch eure Gesamtstatistik mal reinschreiben. 621.117,14. 1,2 Millionen. Und ihr könnt euer Team mal reinschreiben. Bombardiert einfach am besten alles zu. Das war es von meiner Seite aus. Ich werde mir dann noch einen 5er-Raid irgendwo suchen. Auch wenn gerade keiner da ist. Ich werde meinen täglichen Raidpass wegmachen. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.